HALLÜCHEN Ich freue mich schon übel drauf Ich werde wahrscheinlich richtig verkacken Weil ich mich nicht spoilern lassen werde Genau, das müssen wir noch abreißen Machen wir das jetzt gleich Ne, ich mache jetzt wirklich erstmal das Schlummerhaus Das habe ich ja in der letzten Folge euch schon erzählt Dass ich das jetzt bekommen habe Und natürlich Schleunix bauen möchte Weil es ist eh schon so überfällig Ich habe mich wirklich so gewundert Die ganze Zeit schon und gefragt Wann denn Melinda endlich mal ein bisschen erschlafen kann Damit sie das Schlummerhaus uns anbietet Und jetzt sollte es der Fall sein Dass ich es endlich bauen kann So, wir reden mit ihr noch nicht Ob ich eine perfekte Stadt habe Das habe ich ein bisschen Schiss, dass wir es schon haben Aber es würde sich doch eigentlich für die nächste Folge Ganz gut anbieten Weil dann ist ja die 50. Torskip Tour ist fertig Wollen wir sie feiern? Nope, weil ganz ehrlich Wir reißen die eh nochmal ab Melinda Deswegen wird das jetzt eher nicht so wichtig Wir machen, wir reden über Über Stadtverschönerungen Weiterhin So, und dann gucken wir doch mal Ein neues Projekt Ich habe ja auch wie gesagt Immer wieder fleißig Mache ich mal sowas Es gibt zwei verschiedene Sachen Ach cool, okay Genau, hier ist das Schlummerhaus Und wir gucken jetzt gar nicht genau Die Polizeizentrale Beziehungsweise Wache Kann dir von einem Bewohner vorgeschlagen werden Und Ja Hatte ich auch noch nie, muss ich sagen Ich freue mich also richtig dolle drüber Wir haben mittlerweile echt Super viele Sachen Und ich freue mich die alle zu bauen Aber heute geht es erstmal um das Blumerhaus für die Einkaufsmeile Äh, joa, okay Soll mit der Arbeit begonnen worden Eher sowas von Wir brauchen doch endlich weiterhin Geschäfte Und dann fehlt uns nämlich nur noch Ein einziges Geschäft Und ein Laden Upgrade Für das letzte Laden Upgrade Mussten wir noch ein paar Mal Grazia Überzeugen von uns Das weiß ich Und ich glaube das war dann auch schon Die letzte Voraussetzung Die ich noch nicht erfüllt habe Im Stand jetzt Ja, Melinda Ganz ehrlich Bye bye Mhm, genau Wunderbar Dann gehen wir jetzt in die Einkaufsmeile Damit wird es gleich abbezahlt Ah, wir bezahlen es ja bei dem Ypi ab Genau Bei dem Geroiden Im Bahnhof Das hat uns Melinda auch gerade erzählt Wahrscheinlich Hier wechseln hoffentlich Achso, ne, hier nicht Aber hier unten Ich glaube es euch ja erzählt So, Moment Hier Genau Haben wir jetzt jeden Baum Jeden Fruchtbaum Den es so gibt Ja, da Die wachsen zwar noch Aber dann haben wir endlich alle Früchte Wenn der gewachsen ist Und ihr seht schon Mir hat der Platz nicht gereicht Deswegen musste ich hier überall den Weg weg machen Aber Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht so Wenn hier jetzt so ein Weg ist Ansonsten Habe ich jetzt mal die neuen Designs von Noni ausprobiert Und Die schauen wir uns jetzt einfach gleich mal an Weil ich habe die hier platziert Weil hier möchte ich eigentlich jetzt nichts mehr machen Damit es nicht too much wird Einfach noch zwei Blumen platziert Jetzt so Zack Und fertig ist es Ne Würde ich mal sagen Uh, der Käfer sieht ja interessant aus Genau Ich habe hier noch den Müll vom letzten Mal Aber den können wir heute auch verkaufen Und dann fangen wir jetzt hoffentlich dieses Viech da vorne Gleich mich mal lieber von hier jetzt schon an Solange sich es bewegt Ist alles gut Vielleicht habe ich es ja noch gar nicht Jawohl Aber dann ist es glaube ich nicht so selten, oder? Ein Sägezahn hier, der Käfer hat sich selbst den Ast abgesägt Ja, gut, habe ich schon gehabt Schade drum Ich muss auch mal demnächst wieder auf, äh, Dinger gehen Auf Fossilien Das habe ich ja schon ewig nicht So Hallöchen, meine Liebe Was geht? Rosi Hm Rosi, wo ist sie denn da? Sie ist ja ein schwungvoller Charakter Hey Noni, ich habe dich in letzter Zeit in der Stadt herumstattern sehen Aber wir haben ewig nicht geredet Kann das sein? Ist jedenfalls mal wieder höchste Zeit Okay Ja, dann red doch mal mit mir Was gibt's? Was gibt's, Nuff Nuff? Ja, sagst du richtig Was ist los? Zugreisen sind so romantisch Findest du nicht auch? Stell dir vor, jeden Tag eine neue Stadt Aber mir wäre, glaube ich, ganz schön einsam zumute Wenn ich allein reisen würde Da kannst du ja auch nicht romantisch werden, oder nicht? Aber gut Ähm, Rosi, wenn du was meinst Aber ja, so ein Interrail ist schon echt cool Ähm, will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren Das ist bestimmt richtig cool Hallöchen, Pipo Dass du da bist, ist ja nichts Neues irgendwie Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn geredet habe Aber das wird schon so hinhauen So Dann hören wir uns natürlich auch heute einen Witz an Und wir vergrößern unser Haus Oder zahlen Schulden ab Ich weiß nicht, was hellig ist So Guten Tag, mein Lieber Ich möchte hier nur diesen kleinen Zedernbäumchen haben Und wenn es gibt, noch ein Äh, ein Wie heißt das jetzt? Ein Stechpalmenbusch, oder wie der heißt So Mal schauen, ob du einen für mich da hast Jawohl, genau den will ich doch Jupp, nehm ich mit So, und dann noch hier Was ist das hier? Eine Hecken Na, okay, die Atalene Ich hab die ja immer noch eigentlich nicht benutzt Deswegen Unnötig Ich muss mal wieder mehr mit Büschen arbeiten Aber solange das jetzt nicht passiert Brauche ich die auch nicht So Ach, die Gisela, die Gude Bei der werde ich es natürlich niemals vergessen Wie ich sie geredet habe Hallöchen Na, kleine Shoppingtour Oh Wie geht's? Kniest auch die Einkaufsmäule Fünf Blätli Ja, ich finde sie auch ganz schick eigentlich Ach, guck mal, das ist cool Oh, der Sushi-Stand Den muss ich auch mitnehmen Der ist ja mega geil Ich kannte den auch gar nicht Das ist wie bei diesem Oh, you can eat Du setzt dich da so hin Und dann gönnst du dir einfach alles Was an dir vorbeifährt Sushi-Bar Ja, geht ja auch voll vom Preis Genau, und ihr seht es dann Im August kann man hier immer So Was Hier kaufen Und auch so einen Glückskeks Achso Okay Hier war ja am gestrigen Tag Was anderes So, die Mailton ist auch fancy Die nehme ich auch mal mit Ähm Ja Krass, heute gibt es ja richtig Shoppingtour hier Äh, wir gehen natürlich auch gleich zum Friseur Also wir machen halt wirklich eine große Shoppingtour Gehen dann arbeiten Und dann Vielleicht noch mit Bobby Wege verlegen Das wäre auf jeden Fall eine Sache Die ich auch sehr gerne weiterführen würde Weil wir jetzt eben Äh, recht viel gemacht haben mit Noni Jetzt können wir auch wieder mit Bobby spielen Mit ihr war ich auch eigentlich Wie immer, wenn wir uns einloggen Wir loggen uns ja so einmal Im Monat Mit Bobby ein Kommt erst mal immer dieses Oh, wow Lange warst du weg Und, ähm Ja, dann gehe ich jetzt erst Quitschulden machen Oder abbezahlen Ich weiß gar nicht Wir brauchen ja fürs Schlummerhaus Ich glaube 250k Hatten die verlangt Ja, 256k glaube ich Habe ich jetzt irgendwie so im Kopf zumindest So Ach stimmt Briefe schreiben Ha, gut, dass du da bist Meine liebe Pally Achso, ich kann glaube ich gar keinen Ne Da müssen wir zuerst Briefe aufbewahren Dann Ah, ich hätte auch gleich verkaufen können Mein Lapp und Schlepp Naja Ja, Hallöchen Ich möchte Erstmal einen einzigen Jemand den Blätzle So Manchmal glaube ich noch ein Geschenk reinpacken kann Was habe ich denn so Genau Erstmal den hier Achso, ne Das geht nicht mehr Na, dann kriegt halt nur Jetzt habe ich euch gar nicht den Brief gezeigt Ne Aber da stand erst mal Da stand halt nur so Hi Rosie Schön, dass du da bist Ich glaube so war das Genau Gut, dann kann ich ja jetzt doch den neuen verfassen Ähm Brief schreiben An 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 Nicht an Rosie Sondern an Nö Marius An Bella, oder? Bella ist doch Die neue Ja, Bella Hi Bella Hast Hier Mal Hallo Den Ver Wecken Na Wohn Ort Gesucht Wartet mal Und dann mache ich Äh Klammer Gibt es hier Klammern? Ja Ne, warte Das mache ich dann auf der neuen Zeile Und Das Nicht Mal Konisch Gemeint Und dann machen wir noch so ein Zwinger-Smiley Und Klammer zu Achso Und dann Gehe ich runter Und schreibe nicht von Noni Sondern Danke dir Noni Sehr schön Und weil sie so einen tollen Platz ausgesucht hat Sie ist ja genau dahin gezogen Wo ich auch war Kriegt sie Das restliche Briefpapier Weil Was soll ich damit machen? Ich Ich kaufe das ja sowieso immer Neu direkt So Und dann müssen wir natürlich auch noch Briefe aufbewahren Genau Ich glaube wir kommen halt übrigens Nicht dazu mit Bobby zu spielen Aber ist nicht so tragisch So Was haben wir hier für Briefe? Ähm Ich mag so Ne Das ist irgendwas über ihr Domizil Hier sind die Mama Briefe Ne Ja Mama Jawohl Dann kommt natürlich auch der wieder da rein Oh Zwei Mama Briefe sogar Und von Marina Die wahrscheinlich Ne Was ist das? Verlasse Blätter Ah ja doch Stimmt 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 Da habe ich auch extra was Ist es? Ah ja Barry ist ja weggezogen Ja okay Ja krass Wir haben schon jetzt Drei Fünf Den sechsten Umzug einfach Pipo Susi Frieda Der Pinguin Isila natürlich Barry Also ich kenne zumindest noch alle Aber ich mag das Dass wir hier so rotieren Ich finde das wirklich sehr schön Und genau Deswegen Finde ich das auch Eine gute Ding Jetzt finde ich es ein bisschen schade Dass meine Topfrisur Die ich ja übel gerne mochte Einfach verschwunden ist Weil ich mich ein bisschen mal Nicht eingeloggt habe Ich glaube nur Zwei Wochen oder so War ich nicht drin Direkt Oh ja War schon War schon anscheinend länger Nicht mehr da Ziemlich schade Aber wir müssen auch immer noch mal So eine Zukunftsbox machen Das müssen wir auf jeden Fall auch In der Zukunft So Aber jetzt erstmal An Achso An Bella Dann haben wir nämlich alle Schön begrüßt Ich habe das ja euch erzählt Ich habe das ein bisschen vernachlässigt Und jetzt Will ich das auch wieder Fahrt aufnehmen Zumindest wenn die Leute Ein- und ausziehen Tja Dann gucken wir mal Ah ok Ich habe noch gar keine Schulden Ich muss zu Tomlok rein Aber ich brauche jetzt 250k Also hebe ich auch Gleich 250k ab Hä Achso Es passt nicht In meine Tasche Oh man Jaja Ok Dann gehe ich jetzt mal kurz Die Sachen hier verkaufen Die ich nicht brauche Habe ich ja alles schon gespendet Und Genau Dann gucken wir weiter So Leute Mir ist gerade aufgefallen Der nächste Part ist ja noch gar nicht Part 50 Der nächste übernächste Aber das ist ja eigentlich egal So was haben wir denn für Rübenpreise Weil ich habe ja 20 Rüben gekauft Perfekt Ich habe sie für 103 eingekauft Dann kann man sie doch für 170 verkaufen Komm Bevor jetzt irgendwas noch passieren wird Verkaufe ich die lieber Dann habe ich hier noch Sehr getan Höchstkäfer Ein Sombrero Und eine Herzentelefon Und das sind wie gesagt Noch ganz viele Also alles andere Was hier so an Items drin ist Sind alles Gemälde Das habe ich ja in der letzten Folge Schon erwähnt Dass ich jetzt ein paar Erworben habe Und Guck mal Trotzdem knapp 8000 Wunderbar Ähm Ja Ich würde sagen Dann gehen wir jetzt einen Witz anhören Oder die Kunstwerk Erstmal abgeben Und dazu Tom Nook Also wir haben noch Jede Menge vor Mensch Eugen Jetzt schlaf doch nicht Ich habe so viele coole Sachen Für dich dabei Du kannst doch nicht einfach Verpennen oder Verzeihung Verzeihung Ja 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 Gut Wir haben erstmal Ein Fossil habe ich für dich Glaube ich dabei War es nicht so Ja genau Ah die Stechpeile muss ich auch noch Pflanzen Mein Gott Leute Wir haben heute viel viel vor Aber in der nächsten Folge Habe ich dann umso weniger vor Das ist super Äh Antroposaurus Haben wir schon Ja gut wir haben eh schon Die allermeisten Fossilien So Aber ich habe trotzdem was für dich Ich glaube ein paar Sachen Von den Gemälden Haben wir schon Aber ich habe einfach genommen Was ich bekommen konnte Edelgemälde Perlengemälde Würdestatue Uraltstatue Und Mutterstatue Weil ganz ehrlich Allein durch Den guten Rainer Kommt man halt Einfach nicht voran Und deswegen Freut ihn das Ja ja Keine Umstände Ist doch logisch Also wir kommen auch Was das Museum Angut Ganz gut voran Wir haben ja jetzt viele Fische Mit Noni schon Und Insekten Ja gut Fische eher weniger Aber guck mal Insekten Schon recht viel Aber klar mit Ding habe ich nochmal Deutlich mehr Mit Bobby Beziehungsweise habe ich da Trotzdem noch recht viel Mit Bobby gespendet Ne Kann man ja auch nicht unterschätzen Ah ok Aus dem Witz Wird wohl nix Steht einfach dran Geschlossen Warum Kann ich mir jetzt Nicht erklären Aber genau Das schlimme Haus Wird übrigens hier Entstehen Nur so mal By way So Dann gehen wir mal Zu Tom Nook Und lassen uns neu Verschulden Oder ist ja jetzt Doch wieder ein bisschen Länger her Ich wollte es ja Recht oft aufstocken Und ja Deswegen Hallöchen Mein Lieber Willkommen Und du meine Güte Schön dass du hier bist Dein Kredithaus Ist vollkommen abgestellt Jedes einzelne Sterni Warum denn so eifrig Hm Naja Willst du bestimmt noch mehr Oder Oh mein Gott Es gibt einfach beide Türen Von diesen Aber ich finde die nicht schön Die würden zu Bobby passen Äh zu Bobby Zu Wie hieß er denn jetzt Barry Mein Gott ey Es tut mir leid Barry Da ich dich so vergessen habe Ne aber ich bin gerade Für mit meinen Außenfassaden Etc Ganz zufrieden Ich würde sagen Wir machen Wir vergrößern nochmal Das eine Zimmer Ist wirklich sehr klein Und dann gehen wir danach Mal auf ein neues Zimmer Achso Hä Achso Ich kann ja nur eins Ich denke gerade Hä Okay Wieso habe ich jetzt Keine Auswahl 500k Jawohl Mach mal So ich bin wirklich gespannt Ob mein Anfang Ich habe ja am Anfang Bin ich richtig reingehasselt Wie viel hatte ich Knapp 20 Millionen Es sinkt ja Und sinkt ja immer weiter Durch Public Projects Durch Haus Erweiterungen Also irgendwie nicht sehr gespannt Ob es letztlich ausreichen wird Das werden wir dann Gemeinsam erleben Auf jeden Fall Dann bezahlen wir jetzt gleich Diesen Kredit ab Boah 700k heute schon wieder weg Ja krass Und dann natürlich das Schlummerhaus Und dann gehen wir endlich arbeiten Also für Bobby bleibt heute leider Keine Zeit mehr Aber Das ist auch nicht so wichtig Dann machen wir halt Umso mehr In der nächsten Hey wieso kann ich keinen Kredit Aufnehmen noch Also abbezahlen Naja dann hebe ich einfach 250k ab diesmal Und den Kredit anscheinend Erst morgen dann Oder wie 15 Wow Nur noch 14,5k Wenn wir den anderen auch Abbezahlen Ja tatsächlich Okay Ja wir könnten auch die Coupons Eintauschen Übrigens Was ich auch noch sagen wollte Ich habe mir jetzt fest vorgenommen Der nächste Camper Der in einem Part Bei uns campt Der wird mitgenommen Weil wir haben die ganze Zeit Nur neun Bewohner Und das mag ich so gar nicht Muss ich sagen Das muss ehrlich nicht sein Ähm Genau Also dann nehmen wir auf jeden Fall Den nächsten Bewohner Der da kommt Damit wir endlich mal wieder 10 haben Ich hoffe es ist kein Hase Und kein Hund Sonst haben wir einfach Weit Eine Hasenhundstadt Na gut Guten Tag Mein Dieser Was ist dir denn heute so Ja du siehst doch Oder Meine Haare sind komplett am Ende Ich weiß nicht was da passiert ist Naja Ich sehe es schon Naja Ähm Dann mach mal das so Aber du weißt ja Ich muss dir ungefähr 3000 Sternis abknüpfen Was heißt ungefähr Genau 3000 Ja ja Alles gut So Dann packe ich meine sieben Sachen Also Ich würde trotzdem Ja wir können ja mal gucken Was hatte ich beim letzten Mal Ich weiß schon Aber ich würde jetzt wieder Eher zu lässig tendieren Verstehe Ein Hauf von Lässigkeit Also So viel Ernsthaftigkeit Gedrückt auf Dauer Man sollte auch Seinen Freiheit Raum geben Naja Äh wie sieht es bei dir zu Hause Bist du ein unaufgeräumter Ein Ordnungsfanatiker Definitiv ein Ordnungsfanatiker Äh du machst tatsächlich Ein Patenteneindruck Bist du generell sehr selbstständig Oder Wird dir täglich in Eigenregie Um umwerfende Frisur zaubern Oder bist du eher der natürliche Typ Frisur in Eigenregie Natürlich Verstehe Ein unkommensiert Tragbares Ist dann wohl das Beste Wunderbar Jetzt weiß ich genau was du willst Dann kommen wir noch zur Haarfarbe Äh ich will was Natürliches Machen wir mal ein bisschen heller Als beim letzten Mal Ähm Mach mal So Noch ein Ministück So Habe ich vielleicht blonde Haare Äh passt mir Alles klar Ich weiß jetzt genau was du willst Wart's nur ab Das Ergebnis wird Bombe Ja das weiß ich noch nicht so ganz Aber okay Oh Gott Und und Ich bin immer so gespannt Ah schon wieder die Frisur Ja gut die hatte ich schon mal Das ist aber arg blond Ne Naja Es sieht sehr eh laus Äh das ist sogar die Frisur Vom letzten Mal oder nicht Ach guck mal es passt jetzt so Ja oder Also die hat Ne Geht mir in blau glaube ich Ne Ist jetzt Ja warum schon wieder Also klar ich habe glaube ich Die selben Sachen ausgewählt Aber Naja Laufen wir halt erst mal mit Weil wisst ihr Hellblond ist für mich ja schon das Aber ich bin ja noch deutlich Nach oben gegangen Ja gut das ist ein bisschen grau dabei Aber Weiß ich nicht Jetzt bin ich einfach ein Opa Okay Alles klar Gut dann gehen wir jetzt wie gesagt Das abbezahlen Der sollte ja hier drinnen warten Auf uns Mh oder War das schon so ne Ja Die öffentlichen waren schon Ja hier wunderbar So dann hoffe ich mal Dass ich mich nicht vertan habe Guten Morgen wir spenden Spenden Sie bitte Wir schlummer aus Im Blatt denn wir benötigen So viele Sterne Ich so ein Hamsten 0 Achso Ah okay 234 Ja gut Passt trotzdem Dann habe ich noch gut 60k In der Tasche Dann gönne ich doch mal So Wow 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 Dank Ihrer Lugzeiten Hilfe haben wir nun Das Spendenzimmer erreicht Im Blatt wird dieses Projekt Breit Unsere Stadt verschönern Bitte gedulden Sie noch ein Weilchen Yay Wunderbar Wundercool Wollte ich schon sagen Großartig Es wurden genug Spenden Für das Projekt gesammelt Sehr cool Und damit gehen wir jetzt endlich Ich glaube seit 4 Parts Erwarten wir es alle Gehen wir jetzt am Arbeiten zu Kofi Es wird wirklich Zeit Und deswegen jetzt ab nach Hier unten Wir müssen ja eigentlich auf dem Weg laufen Ja das muss ich unbedingt abreißen Das war so eine spontane Idee Und das passt halt gar nicht Da musst du halt einen 1er Weg irgendwo verlegen Kein 2er Weg Genau So mein lieber Kofi Dann Ich denke mal hier oder Urbekommen Kann ich mir hilflich sein Ich möchte arbeiten Ey Was bist denn du für einer Okay dann können wir gar nicht arbeiten Äh gerne Vielleicht wenn wir einen Kaffee getrunken haben Mit wie viel Milch möchtest du Ich mag eigentlich immer recht Äh Viel Milch in meinem Kaffee Jawohl Alles cool dass er das mittlerweile frickt Da kriegt man ja immer mehr Auswahl Beim letzten Mal hat er mich ja gefragt Hausmischung oder was anderes Aber ja dann müssen wir anscheinend noch warten Leute Es tut mir leid das habe ich nicht gewusst Äh dass wir warten müssen ne Bis es arbeiten geht Für diesen Kaffee habe ich eine besondere edle Tasse genommen Das ist aber nett Komm Er hasst es ja wenn man den kalt lassen Kalt lässt Kalt werden lässt so Wow Wie mild Milch verleiht Kaffee mal das super Aroma Ach Jakofi Es ist immer so relaxed in seiner Gegenwart Dich liebst einfach Danke So Dann fragen wir nochmal Wann kann ich bei dir arbeiten Wann darf ich anfangen Hm Ja dann sorry Er hat wohl keinen Bock auf mich Nope Na gut Dann Was machen wir denn jetzt noch Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit glaube ich Wir könnten Ähm Ach Kein Witz Also es ist halt ein Feiertag oder wie Weil ich meine Hier der 16 Eigentlich nicht ne Äh weil irgendwie Irgendwie passiert hier nichts Hi Mit ihr habe ich heute glaube ich schon gesprochen Lieber Posi Mensch Noni Du kommst heute ja echt ganz schön rum Was Nuff Nuff Willst du quatschen Nuff Nuff Anscheinend ist ein Besucher unten am Strand Mann Ah Mein Gott Gulliver Wir kennen ihn doch alle Ach man Ja klar Kennen wir ihn Ah das bietet sich ja super an Dann gehen wir doch gleich runter zum Strand Wow das war intuitiv Bin ich jetzt komplett richtig gelaufen Ohne einmal auf die Karte zu gucken Äh dann helfen wir einfach noch Gulliver Wie wär's So Den Aufwecken ist ja immer ne Qual Aber Naja Muss halt sein ne Dann kriegen wir wieder ein schönes Accessoire von ihm Aus Seiner Heimatstätte So wo ist er denn jetzt Hallo Oh ein Agri-Asphalter Sorry Adema Hab ich den schon Ja okay Den haben wir schon gefangen Na dann Na dann Na dann Dann einfach nur Gulliver helfen Wo liegt der denn Im letzten Eck auch ne Oder Mal schauen Es lohnt sich Voll mit den Bewohnern zu reden Ja wirklich im letzten Eck Mh Backbord Arr Mein Gott ey Wer hält die Gabel Mh Mh Lass mich doch schlafen Backbord Oh nein Oder war das das Messer Mh Oh nein Das ist Backbord Stoibert ist recht Wie anders der Mann die Gabel hält Oder war das mit dem Messer Achso das hat er vorgesagt Gute Morgen Na wie läuft der Kompass am schönen Tag Mein Name ist Gulliver Spannter Seemann Mit Betonung auf Mann Nein wirklich Ich bin männlich Sehr männlich Soll ich meine Geschichte erzählen Allein zum Zuhören Wies auch viel männlicher Mitten in einer Seeschlacht Ging es über Bord Und da müssen 10 Ach 50 Piraten Gewiesen sein Und da wurde Alle schwarz Und ich Erwachte hier Mit meinem männlichen Schnabel voller Land Was ist denn bei ihm los Aha Ich hätte für meinen deutschen Erhören sollen Gelitiv ist Wasser Weil es dativ ist Oh Mann Hey warum lachst du nicht Das war ein brillanter Spitzenwitz Geh nie Ach Jetzt muss ich meine Witze erklären Mein Gott Meine Mutterwitz Scheint von dem Wellen Verschluckt zu sein Oh grausam am Neppen Ähm Was suche ich hier Amnesie Oh Gott Oh Gott Oh Gott Mann oh Mann Also mit ihm hat man Sehr verwirrende Gespräche Aber gut Ich helfe dir Wo wolltest du denn hin Danke Mit den jungen Unruhstadt Hab ich niemanden mehr getroffen Der so hilfsbereit ist Gut Dann erzähle ich dir mal Alles woran ich mich erinnere Das Land in das ich reisen wollte Ist eine einzigartige Küche Gibt es diese scharfe saure Suppe Mit Garnelen drin Tomyanggung In diesen Städten kann man sich Tuktuks transportieren lassen Das sind monetarisierte Riksha Es gibt auch viele Elefanten Da weiße Elefanten gelten Das Heilig Und werden so umsorgt Ah ja Okay Sollte Indien sein Oder Vietnam Nepal Japan Thai Hahaha So viel dazu So viel dazu Weiß es gar nicht Wirklich Also ich glaube Japan nicht Weil die das nicht so mit den Elefanten haben Vietnam wahrscheinlich auch nicht Nepal oder Thailand Nehme ich das hier Ich weiß es nicht Meine erste Intuition würde Thailand sagen Aber ich gehe jetzt mal auf Nepal Hm Zum ersten Mal stimmt das nicht Hahaha Ein billiges Souvenir Wow Wow okay Naja schade Schreibt es gerne in die Kommentare Wenn ihr wisst um welches Land es sich dort gedreht hat Aber gut dann denke ich mal haben wir jetzt gut die Zeit noch überbrückt mit dem guten Gulevar Wir sehen uns in einer neuen Folge von Animal Crossing New Leaf Schon bald wieder Wenn es hoffentlich mal wieder Bobby heißt Bobby time Bis dahin und ciao 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 Bis dahin und ciao